Hallo, ich bin Jessica und ich habe euch heute ein paar Übungen mit dem Theraband mitgebracht. Dafür braucht ihr euch selber und wie der Name schon sagt ein Theraband. Gerne in eurer Stärke, wenn ihr habt. Ansonsten auch gerne eine alte Strumpfhose benutzen. Das funktioniert auch super. Probiert es gerne mal aus. Von dem Ganzen macht ihr zwei Runden und die Wiederholungszahl pro Übung findet ihr im Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020